Boah, dann... ...mennst du mich lieber alleine in irgendeinen Unterricht rein und mach den Unterricht für mich alleine. Aber auf sowas hab ich echt keinen Nerv. Aber gut, das ist halt auch wieder Ermessungssache, ne? So, ich will nach Hause. Ich will zu mir. Damit ich craften kann und das eine Ding da händchen kann und verkaufen kann. Fische und so, dies, das. Wissen Geld brauche ich. Weil wir kommen ja ultra wenig. Ich glaube, durch das Ernten bekommen wir wesentlich mehr Geld. Jimmy D. Goff. Oh. Da wollte sich jemand aber anders benennen. Hm. Raffi D. Raff wahrscheinlich. Oder wie der heißt. Also One Piece. Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Das ist zehn Jahre her, dass ich das letzte Mal das geguckt habe. Ja. So. Ja, ich glaube, das ist die Lampe, die das mal angeht. Wieviel bist du wert? Ah, was? So wenig? 34 Gold. Das möchte ich gar nicht verkaufen. Wo sind denn die anderen Fische? Habe ich nur einen Fisch? Nee. Ah, okay. Die haben ja keine Textur. Ich verstehe. Hm. Ja, komm, verkaufen wir das auch. Haben wir schon 113. Marat geht rein. Das nicht. Das auch nicht. Das auch nicht. 560. 560. Das ist stark. Ja, Gott. Ein. Egal. Wir haben eine Post. Ah, Hodari. Sei gerüstwilzen. Ich habe einige Rezepte auf Lager, wenn Sie sie ausprobieren möchten. Es könnte Ihnen gut tun, Ihre Auswahl zu verbessern. Außerdem hat die Möglichkeit, ein paar Eisendangen zu schmiedern, um sie zu verkaufen. Noch nie dem Geldbeutel geschadet. Cooler Tipp. Danke. Sei gerüstwilzen. Nee, Hassan. Und Hassan. Okay, nice. Ihr habt mich vielleicht nicht gesehen, wie ich mich im Wald an meine Beute heranpirsche, aber ich habe gesehen, wie ihr eure behelfsmäßigen Bogen mit Hingabe schwingt und jede Bestie in die Sichtweite erschreckt. Wenn Sie meine Jagdgründe teilen müssen, möchte ich Ihnen beibringen, diese effektiver zu tun. Bitte kommen Sie sofort zu mir, um Ihre erbärmliche Weile zu verbessern. Ha, ha. Ha. Stark. Ha, ha, ha. Cool. Alles klar. Okay, so. Ja, so ganz geschmädig geht das ran, ne? Geht's hier voran. 16 haben wir schon. Können wir hier nochmal welche reinmachen? Na ja, Lager ist halt durchgehend voll. Ist ein bisschen... Hm. Ach, wir können ja noch gar nicht, äh, Dings... Ach, das ist so schade. Okay, vielleicht können wir ja trotzdem, auch wenn das voll ist, das reinmachen. Nein, können wir nicht. Aber wie bekommen wir denn jetzt 1000? Ich meine, ich kann nur sagen, ich verkaufe erst mal das ganze Kupfer. Ja. Und 160. Erst mal craften. Erst mal craften. Ist ja, vielleicht können wir auch eine Kiste craften. Warte mal. Aber anscheinend mir nicht so. Verstaunen Sie Ihre Kleidung? Kann man sich an den ganzen Schrank leider vergeben sind. Nee, 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 nee. Könnte man sogar craften. Nein! Brauchen wir jetzt mal wieder. Stopp, 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 stopp. Oh, da ist er noch. 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 Oh, da ist er noch gut gegangen. Oh, wow. Geil, wir haben ein Bett. Was möchten Sie herstellen? Ich habe keine Ahnung, was das hier alles ist. Ich würde es da herstellen. Ah, cool. Ich stelle das mal ein bisschen um. Achso, ich dachte, die kommt zu mir. Okay, nice. Und 5. Ach, das ist ein Sofa. Lol. Nein, wir fehlen 400. Und das kann man noch herstellen. Cool. Kann man mir noch mal was Neues zum Herstellen. Ein Bett. Oh, ein Bett ist ganz cool. Oh. Ne. Ich habe eh nichts anderes, was ich gerade platzieren kann. Also von daher. Ne, dann kann ich es nicht, äh, kann ich so platzieren. Sprich mit Esche, wenn sie zu Besuch kommt. Oh, cool. Wir haben die Mission. Wie gesagt, die Aufgabe geschafft. Sehr cool. Es ist schon da, nö. Ja, dann, nö. Haben wir uns erstmal ein kleines, äh, ein bisschen ausruhen. Haben wir uns ja schließlich verdient. Können wir noch was herstellen. Das kann ich nicht mehr. Da habe ich alles. Das haben wir schon. Das haben wir schon. Ach, das ist das Bett, ne? Vielleicht gibt es mehr jemanden, wer weiß. Zu faul zum Sammeln. Haha. Ja, true. So. Ah, das ist das Ding. Können wir uns herstellen. Cool. Wir werden uns ein kleines Tor von Hedding bauen. So, cool. Esche ist da. Ja, okay. Hallo Esche. Hm, du hast es tatsächlich getan, nicht wahr? Du hast diesen schäbigen kleinen Schandfleck von einem Grundschul in etwas Vorzeigbares verwandelt. Es ist nicht genau so, wie ich es gemacht hätte, aber ich kann nicht leugnen, dass die Arbeit investiert haben. Oh. Ich muss schon sagen, Leia Name, wow, okay. Herr Wilson, du hast mich überrascht, das passierte nicht sehr oft. So, Citizen's Time, that was almost a clump. I will reserve a source for when you are truly earned it. Yes. So, hello, okay. Zuerst musst du deine Hingabe zu unseren Bräuchen beweisen, indem du die Lektionen von drei angesehenen Majiri absolvierst. Außerdem müssen sie beweisen, dass sie hier einen Sinn haben, indem sie eine fortgeschrittene Fähigkeit besitzen, die sie in die Gesellschaft einbringen können. Schließlich ist Können vergeudet, wenn es nicht geteilt wird. Geben sie anderen, um zu beweisen, dass ihre Großzügigkeit mehr als zu Gute wünsche. Ich möchte sie ermutigen, dass sie neu zu nehmen in... Oder was? Starke Fundamente, cool. Ich möchte sie ermutigen, dies ernst zu nehmen. Ein schönes Haus ist kein Ersatz für wahre Fähigkeiten und Entschlossenheit. True. Okay, ich muss... Es sind, glaube ich, In-Game-Tage, ne? Möglich? Sicher bin ich mir immer noch nicht. Kann natürlich auch sein, dass es einfach In-Game-Tage sind. Ich muss aber erstmal gießen, weil ich war lange nicht online und vielleicht, äh, das sieht halt nicht so cool aus. So, dann bin ich fertig. Fertig. Okay. Haben wir alles gegossen, sehr cool. Dann... Neues Wasser auffüllen, weg damit und verkaufen. Dauert ja ein bisschen bis das hier verkauft. Okay, dann verkaufe ich das erstmal, dann ist das so. So, nochmal 255. Stein verkaufen wir. Kann man eh nicht nehmen. So, so. Verkaufen wir das erstmal alles, dann ist das so. Aber ich... Ja, warte mal, stopp. Davon kann ich was behalten. Cool. Die Zeilen, wenn ich das erkenne, die verkauft werden. Das ist frech. Okay, man nimmt mir jetzt eh keinen Platz weg. Das ist ja schon mal ganz gut so. Aber... Ja, trotzdem halt. Hm. Guck mal hier auf Feuerstein. 270. Lass ich mir mal angucken, wo du wollen ernähren sie... Was erfahren sie mehr über die Vergangenheit von Gina? Erfülle fünf Schülerwünsche. Okay. Wer ist denn... Ne, der Haustiere, cool. Aber hab ich ja keins. Ne? Hallo? Achso. Wenn der... Achso. Ja, Esche ist so... Wir sehen halt so ein bisschen, was wir haben. Und hier sind Erfolge. Cool. Hier gibt es halt dieses Dings da, was wir schon halt haben. Hier um diese 55 Dings. Genau. So, wir müssen halt mehr jagen. Aber... Ich würde jetzt gar nicht mehr so lange machen. Wir haben das, was ich sagen wollte oder sagen wollten würde, habe ich. Wir haben unser Haus. Wir haben schon ein bisschen was gemacht. Wir sind ein bisschen weitergekommen. Wir haben ein paar aufgemeldet. Und wie es halt weitergeht, würde ich halt in der Motor ganz gerne gucken. Oh, cool. Ist ein bisschen gewachsen. Und ich glaube, das sind sogar Ingame-Nächte. Nicht Tag. Also keine richtigen Tage sind wirklich Ingame-Nächte. Okay. Das wäre wieder ganz entspannt. Aber wir können ja viel zwischendurch auch machen. Mal abgesehen davon. Und ich könnte auch theoretisch sagen... Egal wo. Ich könnte mir jetzt noch was kaufen. Aber ich würde es erst machen, wenn ich ein paar habe. Das lohnt sich jetzt am Anfang. Ehrlich gesagt noch nicht so. Was ich mal kurz machen kann ist... Das... Okay. Das ist ein bisschen doof. Das ist ein Blockhaus. Auch weil das ja voll ist einmal, ne? Deswegen... Ja, warte mal was. Boah, das reicht nicht ganz. Das ist ja... Das ist schade. Nein, das reicht nicht ganz. Okay, das ist ein bisschen schade. Oh nie. Das ist doof. Na was? Ich würde ganz gerne heranzummen. Wo geht das nicht? Ah, so kann man die Kamera rotieren. Ja, man lernt halt nicht aus, ne? Und jetzt noch näher ran sind wir auch nochmal ganz schön. Aber dann kann man ja auch einfach so machen. wenn ich da nicht soll, muss ich jetzt mal gucken. Oder... Das ist ja doof. Weil ich da jetzt kein Land habe, kann ich da nicht bauen, weil... das ist ja super dumm sorry aber ich glaube nur bauen also ich will auch nur ich kann nur bis hierhin bauen weiter geht es nicht ich könnte sagen so ja okay das ist ja super sorry aber das ist doof das würde ich ganz gerne so lassen aber ich würde etwas wegnehmen warte mal gut das bleibt aber dass ich mein haus weg mache das ist das muss ein bisschen ok da sollten sie wirklich mal ganz gerne rüber gucken damit habe ich damit hätte ich kein problem oder so ganz gerne mal rüber gucken ist ja ganz cool naja egal dass man halt bauen kann so die zäune wenigstens entbauen kann das wäre sehr schön naja egal genau wir haben das ja und das ja und das können das ja noch verkaufen holz nicht stein aber jetzt nicht gefahren okay das ist doof aber ich habe auch keinen stein ich habe alles in stein hatte verbaut oder verkauft wurde aber genau machen wir noch hier ist nichts mehr drin denn haben wir hier noch wir haben noch 14 minuten bis zum verkaufen zügig stellen behalten wir mal hier bekommen noch mal 129 theoretisch was pflanzerfasern das verkaufen war mal 29 628 das würde ich ganz gerne verkaufen darf ich leider nicht schade das ist eine quest das grüße ganz in der steinchen wert ging schon nicht wert okay 18 holz behalten das ist das hier auch eine christliche christlichen stände ja deswegen verkaufen noch mal 332 weil es immer auch noch mal finden wenn man aktiv haben dann haben wir das auch ganz schön wieder zusammen aber ja warte mal ich geh mal nicht verhalten nach scheiß drauf verkaufe ich 960 plus 71 dann haben wir unsere tausend fallen können morgen wieder zum montag vielleicht unsere bessere eine eine bessere spezakel schon kaufen wer ganz cool ich glaube bei was bei asura wo ich sie kaufen kann oder war das bei dings gut ist er ist danach dass ich kann er sich gucken wo ich die kaufen kann also von daher passt das aber ich jetzt so mache ich jetzt ganz viele kupfer fahren dann habe ich ja mal relativ fix schnell geld ja gut ich muss eben mit dem sprechen und mit china sprechen haben ein bisschen zu tun gut ich würde sagen war schon wieder keine bilder habe oder keine passenden sind nicht wie kann ich das hat weg machen noch mal das kann das auch weg machen oder war das beim aß war bei small and ach schiet gegen das glaube gar nicht ja das ist ein bisschen doof dass das hier nicht geht dass ich da nicht möglichkeit habe das hat weg zu machen okay egal ersatz was essen trotz sattheit das stört mich jetzt nicht wirklich wenn ich ehrlich bin aber naja das stört mich jetzt nicht wirklich okay und brauche ich habe hier keine zuschauer nein spaß also weiß ich nicht keine ahnung habe ich habe geguckt weiß ich nicht ob jemand da ist keine ahnung gut youtube ich bedanke mich dass du eingeschaut hat zehn geschaut das freut mich dich bisschen zu sehen falls du mal lust hast in einem stream dabei zu sein ab montag bin ich wieder action die dabei meine normale stream plan beizubehalten das heißt montag mittwoch donnerstag und vielleicht freitag samstags da muss ich aber mal gucken weil ich ganz gerne noch viel noch nebenbei mache weiß ich nicht da muss immer so entscheiden aber sonst würde ich extrem wieder dabei ganz so mein stream plan zu haben und hey wäre doch ganz cool wie öfter zu streamen habe ich bock drauf genau und falls euch das video gefallen hat abonnieren kommentieren lasst ein like da würde mir sehr viel weiterhelfen hilft mir hilft dem algorithmus her und ich habe auch mal nachgeschaut mittlerweile habe ich super viele wiederkehrende zuschauer wäre doch schön dass ihr mein abo da lasst das hat sich falsch angehört nein also wenn ihr mich mögt lasst ein abo da ich sollte es einfach sein lassen egal genau vielen dank fürs zuschauen je nachdem man jetzt schaut am abend am mittag oder am frühen morgen dankeschön 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 das war es von meiner seite habt noch ein wunderschönen bis zum nächsten mal tschau tschuild lu tschuild lu tschuild lu Hallo!